Heute zum Wochenschluss wollen wir noch mal kurz einen Blick auf die Märkte werfen und damit herzlich willkommen zum heutigen Trading Talk. Mein Name ist Ingmar Königshofen und zusammen mit meinem Kollegen René Wolfram werde ich wieder die verschiedenen Märkte analysieren. Damit erstmal herzlich willkommen René. Ja, grüß dich Ingmar, grüß dich auch an alle, hallo in die Runde. Ja, vielleicht fangen wir direkt mal an mit den Aktienmärkten. Das interessiert ja jeden oder die meisten zumindest, gerade auch den DAX. Vielleicht erstmal deine Ansichten und dann werde ich gleich auch noch mal kurz was so zu sagen, wie ich die nächsten Wochen und Monate einschätze. Ja, grundsätzlich bin ich nach wie vor sehr bullisch für Aktien aus den gleichen Gründen, beziehungsweise da kam jetzt ja diese Woche nochmal ein potenzieller Grund dazu. Wir haben immer noch sehr viel Liquidität. Die Konjunkturprogramme sind sehr umfassend. Jetzt hat ja auch Biden gestern in Aussicht gestellt, dass da nochmal ein großes Konjunkturprogramm kommen soll. Das erste hatte, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2,2 Billionen Dollar Umfang. Das jetzt soll nochmal 1,9 Billionen haben. Da soll es dann auch, ein Teil davon sollen Direkthilfen sein. Also insofern, das ist auch nochmal ein dicker Brummer, der da auch nochmal die Wirtschaft ankurbeln soll, der auch die Gesellschaft beziehungsweise die Bürger unterstützen soll. Das ist aber auch für den Aktienmarkt, zumindest jetzt was meinen Handel in dieser Woche angeht, das einzige Highlight, was man irgendwie so sehen kann, weil der DAX jetzt für mich sehr, sehr träge war. Da geht es ja die ganze Zeit in einer relativ engen Bandbreite hin und her, ohne dass es da jetzt wirklich eine Richtung gibt. Solche Wochen sind immer ganz nett, weil es dann meistens in den Folgewochen trendiger wird. Das heißt also jetzt, wenn es tatsächlich heute auch nicht mehr viel passieren wird, dann versuche ich nächste Woche halt verstärkt auf Ausbrüche zu gehen. Tendenziell, wie gesagt, mittelfristig ist meine Erwartung nach wie vor sehr, sehr bullisch. Ja, sehe ich im Endeffekt genauso. Du hast es gerade schon gesagt, diese Woche ging relativ wenig. Der Markt kämpft weiterhin mit der 14.000-Punkte-Marke, also der DAX in diesem Falle. Und die mittelfristige Aussicht bei mir ist auch weiterhin bullig jetzt. Wir hatten ja letztes Jahr eigentlich darauf spekuliert, dass vielleicht nochmal eine zweite Abwärtswelle kommt am Aktienmarkt. Die kam nicht. Jetzt aber stehen wir nahe des Allzeithochs. Wir hatten ja zuletzt neue Allzeithochs markiert. Und wenn man sich diese Saisonalität anschaut, die ist ja ab Ende Januar deutlich positiv bis Mitte des Jahres und auch der Vierjahres-Wahlzyklus auf die USA betrachtet. Da befinden wir uns ja in einem Nachwahljahr. Und das sind sehr, sehr starke Börsenjahre im Durchschnitt zumindest. Von daher spricht vieles dafür, dass wir in Kürze weiter ansteigen sollten und dann auch die 14.000-Punkte-Marke hinter uns lassen und dann deutlicher ansteigen könnten. Genau aus diesem Grund habe ich auch bei verschiedenen Trading Services, die ich betreue, auch einen Discount-Call zuletzt reingenommen, also einen Discount-Call-Option-Schein, um eben von einer potenziellen Aufwärtsbewegung dann auch teilhaben zu können. Und diese Papiere können auch davon partizipieren, wenn der Markt seitwärts läuft. Von daher ist es gar nicht so schlimm, wenn der Markt noch etwas länger mit der 14.000-Punkte-Marke kämpfen sollte. Ansonsten gibt es was Neues aus dem Rohstoffmarkt. Ist da diese Woche irgendwas Spannendes passiert? Ja, also speziell jetzt bei Zucker gab es gestern einen kräftigen Impuls nach oben. Wir haben ja bei Zucker zuletzt und das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit. Jeder wird das wahrscheinlich, der aktiv handelt und schon eine Weile dabei ist, wird das vielleicht selbst auch schon gemerkt haben. Die Märkte sind natürlich sehr viel effizienter geworden. Dadurch hat man viel länger dieses Hin- und Hergehüpfe auch, was man jetzt bei Zucker zuletzt auch hatte. Da gab es mal einen Ausbruch nach oben, der hat sich dann als Fehlausbruch herausgestellt. Dann gab es einen Impuls nach unten, der hat sich auch als Fehlsignal herausgestellt. Und jetzt gab es gestern, kam die Sorge auf, dass es auf der Angebotsseite defizitär laufen könnte. Das heißt also, dass die Produktion jetzt in diesem Jahr, in dieser Erntezeit möglicherweise geringer ausfallen könnte. Und daraufhin hat es einen starken Impuls nach oben gegeben. Im Moment sind wir wieder ausgebrochen über die 16,30. Das war so das alte Hoch. Und solange wir oberhalb von 15,80, 15,90 bleiben, muss man erstmal davon ausgehen, dass der Preis weiter nach oben gehen kann. Man muss generell, das sollte man vielleicht dazu sagen, gerade wenn Leute vielleicht noch nie mit Rohstoffen gehandelt haben, man muss schon immer und jetzt umso mehr muss man halt mit einer gewissen Fehlerquote auch umgehen können. Man wird halt einfach, um so einen größeren Trend auch mal mitzunehmen, muss man auch eins, zweimal akzeptieren, daneben zu liegen. Das ist leider Gottes so. Gehört dazu. Und damit musste man jetzt auch bei Zucker umgehen. Ich habe da jetzt auch die Position zweimal drehen müssen. Ist nicht das, was man favorisiert. Aber im Endeffekt gehört das halt in diesem Marktumfeld dazu. Und solange die Zinsen sehr, sehr niedrig bleiben und die Liquidität hoch, wird auch das immer wieder der Fall sein. Meiner Meinung nach gibt es nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, man akzeptiert das und macht halt diese Schwünge mit. Möglichkeit zwei, man wird sehr viel gröber und geht eher in den Investmentbereich. Das heißt, man kauft etwas, lässt es sehr, sehr lange liegen und schert sich nicht um die Schwankungen, die es da kurzfristig gibt. Was für den Einzelnen da in Frage kommt, muss jeder natürlich dann selbst entscheiden. Ja, und ich glaube, das ist natürlich der große Unterschied, ob man dann professionell handelt und auch bereit ist, diese Verluste dann kurzfristig einzustecken und dann wieder die Position zu drehen oder ob es dann eben zu hoffen und bangen kommt und man einfach nur noch hofft, dass die Position ins Plus läuft. Du gehst ja sehr statistisch vor und wenn wir gerade schon bei den Rohstoffen sind, vielleicht noch den ein oder anderen Satz zu anderen Rohstoffen. Ich hatte gestern auch für verschiedene Trading Services auf der Short-Seite zugeschlagen, habe für Mais und für Weizen Short-Positionen aufgebaut, auch für Natural Gas nochmal, also für Erdgas. Ich sehe aufgrund der Vorfilter, also des Sentiments, der Saisonalität und der COT-Daten schon die Chance, dass diese Märkte nochmal etwas korrigieren könnten, obwohl die sind ja jetzt zuletzt sehr, sehr stark gelaufen, muss man ja sagen. Vielleicht kannst du mal sagen, wie du die Sachlage da momentan siehst. Ich glaube, du bist ja nicht ganz so skeptisch wie ich, was diese Märkte betrifft, sondern vielleicht eher bei dem einen oder anderen Markt davon ausgehst, dass er noch weiter ansteigen kann, oder? Also ich habe jetzt bei Weizen auch eine sehr, sehr kleine Short-Position reingenommen diese Woche, nach den, beziehungsweise kurz vor dem Waste-Report, also kurz vor dem sozusagen Ernte-Zwischenbericht. Das, worauf man bei solchen Rohstoffen, gerade bei nachwachsenden Rohstoffen immer relativ gut wetten kann, sind eben diese Zusammenbrüche. Insofern ist die Spekulation grundsätzlich gut. Das Problem ist dabei, das Timing ist extrem schwierig hinzubekommen, weil manchmal reißt das extrem nach oben über. Da gab es 2008 das Beispiel, beziehungsweise 2011 auch. Das passiert halt manchmal. Letztlich ist das aber, dann sind das auch relativ schnelle, hohe Spekulationsgewinne, wenn es dann losgeht nach unten. Insofern auch da gilt das, was ich eben schon gesagt habe, auch für Zucker. Man muss einfach mit mehreren Fehlversuchen auch umgehen. Insofern, wir werden es wahrscheinlich beide nicht hinbekommen, das perfekt zu timen. Aber da kann sich auch jeder vielleicht im Nachgang dieses Videos auch einfach mal historische Charts anschauen von Mais, von Weizen, von Sojabohnen auch. Es gab immer wieder mal scharfe Rallys und wenn man die geshortet hat, hat man natürlich sehr viel besser und sehr viel schneller Geld verdient, als wenn man unten long gegangen ist. Weil diese Long-Spekulation, da muss man extrem viel Sitzfleisch haben, ist auch mit den meisten Produkten gar nicht machbar. Wenn man akzeptiert, dass man vielleicht mal einen Tick zu früh dran ist, dass man auch mal eins, zwei Mal ausklappen muss, sind diese Zusammenbrüche da eigentlich immer sehr attraktiv. Ich persönlich glaube, dass wir wahrscheinlich bis zu der Planting-Season, die so April bis Juni ist, wahrscheinlich noch nicht den großen Zusammenbruch sehen werden. Allerdings lässt sich das nie so genau sagen. Deshalb muss man meines Erachtens schon immer mal einen Fuß in der Tür haben. Wenn ich noch Long-Positionen hätte, würde ich sie im Moment noch halten. Deshalb habe ich auch nur sehr, sehr kleine und vorsichtig Short-Positionen drin, weil meistens unterschätzt man ja die Trends, das kennst du ja auch, beziehungsweise das kennt jeder. Aber grundsätzlich macht das natürlich systematisch schon Sinn, dass man da auch immer mal wieder Chancen sucht. Gerade wenn jetzt diese News auch gekommen sind, wie jetzt in dieser Woche, dann ist das unmittelbar danach gar nicht mal so aussichtslos. Aber ich glaube, der große Zusammenbruch wird wahrscheinlich meines Erachtens erst noch ein bisschen später kommen. Ja, man muss dazu vielleicht auch nochmal sagen und das auch betonen, dass wir sehr antizyklisch im Markt unterwegs sind. Das heißt, wenn ein Markt sehr stark gestiegen ist, dann versuchen wir eben einen Short-Einstieg zu suchen, also auf fallende Kurse zu spekulieren. Fällt ein Markt sehr, sehr stark, dann versuchen wir eben auf steigende Kurse zu setzen und damit eben uns genau auf die Gegenseite zu positionieren, wenn viele noch in Trendrichtung positioniert sind und versuchen dann eben einen neuen Trend zu handeln, der sich eventuell etablieren könnte. Das ist nicht ganz einfach. Natürlich, wenn man auch überliest, gerade die Märkte steigen, also zum Beispiel jetzt bei Weizen oder Mais, die Märkte steigen sehr stark und man stellt sich dann eben schon auf die Short-Seite, dann ist das immer nicht ganz so einfach. Aber wenn man das sehr häufig gemacht hat, dann wird man da natürlich auch entspannter, vor allem, wenn man merkt, dass das Ganze dann auch langfristig Früchte trägt. Dann vielleicht noch ein letzter Blick auf die Edelmetalle, René. Wir hatten ja in den letzten Trading Talks auch immer wieder darüber gesprochen, dass die Edelmetalle in einer saisonalen Stärkephase sind. Gerade heute kommt diese ja nochmal etwas zurück. Wie siehst du da die weiteren Aussichten? Wahrscheinlich genauso wie ich. Du gehst wahrscheinlich auch davon aus, dass wir natürlich noch bis Ende Februar weiter ansteigen könnten, oder? Ja, insgesamt sieht das nach wie vor sehr bullisch aus. Jetzt diese Woche, beziehungsweise auch heute, ist es noch nicht so ganz dynamisch. Es ist etwas träge. Aber insgesamt sehe ich da auch weiterhin großes Potenzial. Gerade muss man sich halt auch bewusst machen, wenn so eine Rohstoffkost mal losgegangen ist oder gerade auch bei den Edelmetallen. Das läuft dann schon auf den Weilchen. Da ist man generell, glaube ich, auch gut beraten, wenn man jetzt nicht zu viele Rohstoffe auf der Short-Seite hat. Ein paar punktuell, die sehr heiß gelaufen sind, ja. Aber bei den Metallen ist es ja so, dass der Anstieg noch ziemlich geordnet vonstatten geht. Wenn so ein Markt dann natürlich mal vielleicht 10, 15 Prozent an einem Tag macht, das ist dann so eine Situation, wo man tatsächlich mal nach der Short-Seite Ausschau halten kann. Aber solange das nicht der Fall ist, ist da die Long-Seite, glaube ich, tatsächlich noch besser. Tipptopp. Dann vielen Dank für eure Zuschauen hier bei diesem Trading-Talk. Noch eine kleine Information. Ihr wisst das ja, wir haben jeden Donnerstag und jeden Sonntag eine Webinar-Reihe. Die nennt sich Trading Insights. Dort sprechen René und ich auch über die verschiedenen Märkte. Es geht jeweils eine Stunde. Immer donnerstags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Wenn ihr also Lust habt und Zeit, dann kommt gerne dazu. Die ganze Webinar-Reihe ist natürlich kostenlos. Wir werden euch das gleich hier unter dem Video noch verlinken, diese Webinar-Reihe. Dann würden wir uns freuen, wenn wir uns am Sonntag dort hören würden. Dann, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst es, wäre es klasse, wenn ihr uns ein Like hinterlasst und den Kanal abonniert. Und dann hören wir uns. Und in diesem Falle sehen wir uns auch dann zum nächsten Trading-Talk nächste Woche. Oder vielleicht am Wochenende werden René und ich auch noch was erstellen mit etwas allgemeineren Themen. Und bis dahin alles Gute, weiterhin gute Trades und das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Ciao.